Hallo an alle, mein lieber Bruder und Schwester. Gestern war ein sehr guter und gesegneter Tag, wegen ... Oh, die Züge. Da hinten, die Züge. Wieso? Also, mein Name ist Miguel Gomez und ich bin Krebspatient mit einstäblicher Krebsart. Leukmie. Und wenn du mir nichts folgst, bitte dich, an dieser schweren Zeit mir zu helfen und mir den Traum zu erfüllen, von 10.000 Followern. Wegen muss mein Leben total geändert werden. Und gestern, wieso war ein guter und gesegneter Tag? Wegen ... Da, dass ich noch am Leben bin, was ist so gut, und werde ich mich am Leben halten, bis ich 80 Jahre alt bin, Ich muss mein Beruf leben ändern. Deswegen, ich kann echt nur drei Stunden draußen sein. Nach drei Stunden bin ich schon erschöpft. Aber ich will weiter am Leben teilhaben. Ich bin noch am Leben. Und aus dem Grund, gestern war ich in einem ... Nebenjob Termin, wo ich dann von zu Hause aus ausüben kann. Nächster Mittwoch wird dann der Probetag sein. Und wie kann ich euch sagen, ich habe mir immer gewünscht, sowas zu machen, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann. Und Gott ist so gut, dass er mir die Möglichkeit hinweg gemacht habe, dass ich diesen Job machen kann. So komme ich ein bisschen weg von dieser Subpensionierung von der Stadt. Die hat zwar meine Erwerbungsminderräte schon beantragt, Ich habe ein Jahr und zwei Monate, aber bis jetzt keine Antwort bekommen. Ich schaue mal, was los ist. Mit einer sterblichen Krankheit, wo man laut Wissenschaft nur fünf Jahre zu leben hat. Es ist schwierig, so zu leben. Ich bin froh. Es sieht nicht so aus, aber ich bin mit, weil ich seit zwei Halb Stunden ungefähr schon draußen bin. Und bin ich mit. Aber ich wollte euch das mitteilen, weil ich euch folge mich. Und ich bitte euch, dieses Video zu teilen mit anderen Personen, die mir aufholen können. Dass ich dann diesen Zielkonzent also voll aus erreichen kann. Und das werde ich dann ein bisschen gut darstellen. In meinem Leben, wegen der Arbeit kann ich nichts mehr wie früher, beide. Aber ich muss was machen. Ich bin noch am Leben und zu Hause sein ist nicht mein Ding. Diese drei Stunden will ich so gut, wie ich das kann, draußen zu bringen. Und das ist alles, was ich euch zu zeigen habe heute. Und wir sehen uns in dem nächsten Video. Und ich bitte euch, mir zu folgen. Wieder da, da, da oder da. Irgendwo steht ein Plus, wo du mir folgen kannst. Tschüss, bis zum nächsten Video.